einen wunderschönen guten morgen und natürlich auch ein herzliches willkommen meine lieben clasher freunde zu einem weiteren video ja leute ich wollte heute eigentlich ein ganz ganz anderes thema mit euch machen war jetzt wirklich den ganzen morgen am warten gewesen sprich ein spieler wollte sich bei mir melden hätte wohl selber zu tun gehabt und ja hat sich leider erst vor fünf minuten bei mir gemeldet und da ich jetzt wenig zeit habe sprich ich für dieses thema noch einiges vorbereiten muss habe ich gesagt okay machst du das halt morgen und habe mir dann überlegt was ich heute noch mit euch zusammen machen kann und ja da ist mir die gute rose eingefallen ich wollte eigentlich hier noch ein bisschen mehr games sparen habe momentan die 3100 und habe die gute noch nicht verstärkt ja also da habe ich noch mit gewartet wie gesagt wollte ich noch ein bisschen bisschen mehr games dafür sparen und ja habe mich dann heute zurück erinnert an den roll bei der spielerin jack fred da habe ich ja auch gerollt und da bin ich damit 2000 games so weit gekommen ich glaube habe ich 55 war angriff gerollt und ein 3er war dabei gewesen dann dachte ich mir hey was damals funktioniert hat kann heute auch funktionieren und deswegen möchte ich das heute noch mal abschließend zu der rose mit euch machen am talent hat sich hier noch nichts geändert ich nutze auch hier immer noch die 4 8er flammenwache ist auf jeden fall für mich nicht das perfekte talent was die rose angeht viele spielen ja auch hier die flammenwache ich werde hier versuchen also ich werde es nicht versuchen sondern ich werde hier auf ausweichen gehen gleich bei den verstärkungen für die leute noch mal die flammenwache auf der rose spielen und auch ausweichen auf der rose nutzen ich halte das also ich würde das nicht so machen ja ich finde das nicht sinnvoll kann jeder sehen wie er will ich persönlich würde das auf gar keinen fall machen ganz einfach deswegen wenn der gegner euch angreift ihr dem gegner ausweicht kommt in dem moment kein schaden rein ja da wo kein schaden rein kommt da wird auch kein schaden reflektiert und deswegen ist es für mich keine gute kombination auch beim baller ist es für mich keine gute kombination viele spielen den baller ja auch mit flammenwache und nutzen auf dem baller dann auch ausweichen es ist natürlich nicht so dass ihr dem gegner die ganze zeit ausweicht ja ist ja klar dass auch treffereien kommen aber im endeffekt ist es trotzdem für mich nicht die perfekte kombination auch auf dem baller nicht auf dem baller würde ich in verbindung mit der flammenwache auf angriff gehen bei den verstärkungen erhöht noch mal die heilung und ihr weicht dann auch den angriffen des gegners nicht aus halte ich für viel sinnvoller aber wie gesagt das talent wird ja hier bei mir auf der rose nicht bleiben das wird sich auf jeden fall ändern ich hoffe so schnell wie möglich und deswegen werde ich heute auf ausweichen gehen so jetzt würde ich vorschlagen wir fangen auch direkt mal an ich weiß jetzt gar nicht ob ich die steine schon gekauft habe ich glaube nicht habe ich nee da habe ich erst drei stück von die kaufen wir mal eben zusammen na da muss ich auch genau treffen so sieben stück brauchen wir wo sind sie hier sind sie alles klar 1 2 3 4 5 6 7 die kaufen war 2100 ehre mensch ehre brauche ich auf jeden fall mal richtig für die zukunft also ich muss die rose noch auf 8 von 8 bringen und ach ich will gar nicht daran denken ich will davon jetzt auch gar nicht quatschen wir machen jetzt einfach mal weiter sonst wird mir hier nur noch schlecht wenn ich an die ehre denke so rose verstärkung aufleveln genau verbessern so 10 nehmen wir davon tauschen machen war verbessern okay und jetzt bin ich mal gespannt ob ich hier schon mal glück mit dem talent hatte okay ausweichen hat sie nicht drauf das nicht wo ist das talent wo kann ich das jetzt noch mal sehen okay hat beim angriff eine acht prozentige chance 280 prozent angriff schaden an zwei nahen gegnerischen zielen kann zurück ja halte ich jetzt nicht für perfekt aber okay man muss nehmen was kommt und ja ich mache jetzt hier weiter wie gesagt ausweichen wünsche ich mir hier sehr und ich werde hier auch meine ordn nicht nutzen also ich halte nichts davon hier ordn zu verbrauchen ich werde direkt mit den gems anfangen und ja kann auch da nur wieder sagen drückt mir die daumen ich hoffe dass ich hier heute wieder richtig glück habe so fangen wir mal an mit dem ersten und alter schwede da haben wir schon mal das erste ausweichen fängt ja schon mal richtig gut an das sichern war erst mal was haben wir noch krit krit widerstand angriff haben wir auch okay also auf jeden fall 5 5 war also das ist auf jeden fall schon mal richtig geil aber ich will ja hier komplett auf ausweichen gehen und deswegen machen wir mal weiter und 155 jahren dreier ausweichen und dreier nämlich nicht da mache ich jetzt einfach mal weiter ein dreier wollen wir nicht ich will hier auf jeden fall einige fünfer haben wie viel haben wir noch 2000 ob hier haben wir noch einiges kommen ja noch ein ok in dreier ausweichen drei nämlich auch noch nicht also wenn ich hier wenigstens drei fünfer hätte dann hätte ich eventuell noch ein dreier mitgenommen aber ich habe erst einen fünfer und deswegen mache ich mal weiter nee lp krit widerstand zweimal lp ist natürlich auch nicht schlecht aber das will ich nicht komme er gibt mir noch ein deutsch ok in vier ab den nehme ich auf jeden fall mit also hier als ja ich bin ja kein free to play spieler aber ein vierer ausweichen ist auf jeden fall auch schon mal cool und ja wir machen wir mal weiter dann wieder ein dreier nein dreier will ich nicht zum zehnten mal wieder leben nee das wollen wir auch nicht wie viel haben wir noch 1800 ok einige male kann ich noch nein komm er gibt mir noch ein fünfer dann bin ich auf jeden fall zufrieden kommen baby ein fünfer nein nicht das fünfer angriff ne das nehme ich auch nicht 1300 habe ich noch komm er ein fünfer nein das auch nicht und wieder ein fünfer ausweichen ja klar muss man nämlich mein vierer sind auch geil 500 fünfer hat 650 glaubt den vierer nämlich auch noch mit jetzt habe ich noch 1000 vier mal werde ich noch rollen ok einmal nein zweimal wieder nicht dreimal wenigstens noch ein komm er mit der was auch nicht und der letzte einmal haben wir noch drückt mir die daumen dass wir hier wenigstens noch ein vierer bekommen und kommen gibt mir ein fünfer nein schade aber immerhin wir haben mir zweimal lp zweimal leben bekommen und ja okay hier den krit der ist uns egal aber sieht doch auf jeden fall schon mal gut aus also für 3000 games gut hätte besser laufen können aber wir haben hier zwei vierer ausweichen ein fünfer ausweichen und noch zwei fünfer leben das denke ich mal soll für den anfang hier erstmal okay sein ja meine lieben das soll es dann auch dieser an dieser stelle erst mal gewesen sein ich will euch nicht weiter mit meiner rose quälen wie gesagt das war jetzt auf jeden fall erstmal abschließend zu der guten und ja wir sehen uns auf jeden fall morgen mit einem neuen video wie gesagt ich werde da einiges für vorbereiten ich möchte da zwei helden testen was das genau sein wird werdet ihr morgen sehen und ja an dieser stelle auf jeden fall wie immer vielen vielen dank fürs zuschauen euch noch einen schönen tag und bis morgen